so i'll be back und ja die bäume sind weg ich sehe gerade, wir müssen alles neu anstellen ich habe jetzt einen neuen joystick für meinen frontlader das müssen wir dann unbedingt einstellen schaffen wir jetzt ohne ich möchte euch zeigen, was ich gemacht habe also der wald ist weg und so wird es dann aussehen ja das ist Halle 1, Halle 2 von den Kühen da werden wir uns sicher irgendwas noch anfallen lassen zum bauen unteren Etage hier kommt jetzt dann auch noch was wir werden vom lieben Fanggemer wir werden jetzt eine Rechnung schreiben oh der kommt gerade der kommt gerade ich kriege nämlich von ihm einen Kredit von 2.000.000 mit den 2.000.000 wird das hier weiter ausgebaut mein Ziel ist es jetzt einmal die Beine hier weg zu kriegen die was einmal hier sind noch ein paar Augen fällt mir gerade auf ich brauche auch unbedingt einen zweiten Traktor da wie gesagt die Einrichtung gehen wir durch die Folge möchte ich jetzt dafür nutzen das muss alles weg die ganzen Ballen hier weg zu kriegen so so Was ist das? Sorry. And I'm going to take another car, I'm going to take another car. Ich kann den Ball nicht nennen. Oh nicht. Also ist voll. So ist er schon da? Los. Ich brauche dann einen ganzen Tag wahrscheinlich, also keinen Tag, aber ich brauche dann auch, ich möchte mal alles nochmal einstellen. Jetzt mit dem Joystick habe ich natürlich viel mehr Tasten. Ich muss mir da ein System überlegen, wie ich das hier fahre am besten. Wie gesagt, schauen wir mal jetzt uns das an. Wir werden hier mal, ähm, ich tut da jetzt auch mal eine Gruppe drüber malen. Ich glaube, das brauche ich nicht damit drüber malen. Wenn ich hier kletten tue, brauche ich das nicht, ja? So, geht nicht, weil ich kein Geld mehr habe. Ja, dann müssen wir ein bisschen warten, ähm, weil, gut, das hier müssen wir sowieso dann ein bisschen ändern. vielleicht 83 müssen wir eigentlich dazu kaufen, leider. Hm. Weil eigentlich den nächsten, es kommen vier Ställe insgesamt her, ja? Also wir haben dann 2000 Kühe, der nächste Stall wird dann ungefähr so herkommen. So. Ja, weil dann haben wir hier noch eine Abfahrt da runter und da auch sowieso in der Mitte. Wenn ihr versteht, was ich meine. lovely guy. Okay. apost. So. Genau. Das kann noch nicht Nach links roth hin Hängt das da jetzt? Das ist schon Das ist halt wirklich toll, dass es klettt mal an So passt es dann auf jeden Fall Oder wir sagen, man fährt nicht bis dorthin und macht es so Ja, was ist das dumm, wir brauchen da einen Weg runter Wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen dauern, wir bauen uns hier einen Hof Ja, was ist das dumm, wir brauchen da einen Hof So, dann kann das schon wieder fahren Ja, was ist das dumm, wir brauchen da einen Hof Ja, was ist das dumm, wir brauchen da einen Hof Ja, was ist das dumm, wir brauchen da einen Hof Na, was ist das dumm, ihr braucht das dumm, wir brauchen da Schauen wir mal, also die Ballen müssen jetzt alle mal weg da. Die Windmüll müssen da dann weg. Okay. Das ist gut. Oder schauen zwischendurch, ob ich meinen Kredit, na, kann immer noch, kann aufnehmen, mehr aufnehmen kann vielleicht. So, also es ist so, ich lasse euch am laufenden halten. Ich werde dann die Ballen und das alles weg transportieren, wieder nicht in der Folge natürlich, das Förderdings gehört noch weg und muss die Sojabohnen, den Rapsen, das alles auch noch verkaufen. Das wäre, da werdet ihr jetzt nicht unbedingt dabei sein. So. 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 Das muss noch leer werden. Das muss noch leer werden. Das gehört noch weg. Das müssen wir noch alles weg geben hier. Da haben wir noch etwas vor. Das wird dann dimensional. Ihr seht schon. Dann ist es. Zwei Ebenen. Pro Stall sind 500. Das sind 2000 Kühe dann. Das ist das Ziel eben. Da unten links und rechts ranzumachen. Dann eben noch. Wenn du verstehst was ich meine. Wenn ihr versteht was ich meine. Natürlich. Ja. 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 Das nervt mich zum Beispiel. Das ist toll dass ich da. Das geht immer wieder runter zum Beispiel. Seht ihr das? Ja. 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 Hupft uns da auf den Traktor. So. Na gut, dann mach's das mit der Folge mal, ich werd das weg machen und wir hören uns dann. Bis dann, haut rein, ciao.